das könnten wir jetzt auch ersetzen durch den hier du nimmst bitte du gibst bitte und zwar lang und kurz und ich beschränke wir gar nicht oder nö ich glaube eisen und kupfer können wir euch so lassen wie es ist also hätte ich gerne noch eine große und die hier wird sinnlos sein denke ich da wird sich nichts puffern niemals nicht aber nur für den fall dass es sich puffern sollte kommt das da rein da raus so strom ja staut sich nichts ist gut muss wird die gleichmäßig verteilt was auch in ordnung ist ja sehr schön was wollte ich noch was wollte ich noch was wollte ich noch wir haben ganz viel eisen das sind die altlasten gewesen noch die kisten waren mach mal hier das voll bitte genau wir brauchen recht viele roh für die ganze geschichte dann brauchen wir noch mehr pump jacks jetzt wo wir die tanks haben macht es ja auch schon sinn die zu füllen also in der ganzen zeit wo ich jetzt hier andere sachen rumwusel dass ich die tanks nach und nach füllen dass wir da schon was zum arbeiten haben das tun sie zwar jetzt schon aber es ist halt nur ein pump jack der da arbeitet noch ein bisschen mau genau du bist auf 1,1 einheiten pro sekunde das wird noch ab wieder runter gehen denke ich 272 prozent 300 prozent sehr schön das nehmen sofort drei pro sekunde das ist mal hammer ok genau was sagen die rohre die rohre sagen ich bin nicht mal zu 10 prozent ausgelastet ok und das sind mk 1 rohre ne ja ich weiß auch nicht ganz was das soll aber gut du 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 kein rohr war ein rohr ok aber erst der anderen pump check welchen nehmen wir dann aber den nas gelegenen und medium electric pole sehr schön brauche allerdings auch wieder stahl aber die sind auf jeden fall wert nächster schritt engine brauche ich laser turrets die die take turrets brauchen alle batterien das kann man nicht umgehen das ist schade solar energie brauche ich nicht nur nicht wirklich nie akkus 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 brauchen wir erst wenn wir lasertürme haben dass das radar auch nicht edelsteinverarbeitung nein 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 lava handling ja research ach so erst den pump check dann die türme also lava das wird noch schön ich weiß nur nicht wohin damit aber braucht auch sehr viel platz das hier sind alles lava spots diese sehr schwer zu erkennenden bräunlichen flecken schick wäre das einführen wir es direkt hier beim eisen machen würden wobei wir mit der lava ja auch kupfer einschmelzen sollte zentral sein bei der schmelzanlage hier unten ja hier ist ja noch platz ne das wäre dann aber was für den das wird sehr eng also ich habe mir da ein zwei videos angeguckt was ich normalerweise ja nicht mache aber es sah kompliziert aus und ich wollte nicht 30 folgen hier rum rätseln während ihr schreien vom monitor steht es braucht sehr viel platz man muss das lava nämlich etappenweise erhöhen von der temperatur her und die verschiedene metalle brauchen verschiedene temperaturen das heißt aber auch für jede abstufung extra tanks und querverbindungen und hast du nicht gesehen denn für die platten jeweils eine schmiede also für kupferplatten für eisenplatten und davon auch mehrere weil die sind zwar sehr effizient aber dafür langsam also auch noch mehrere schmieden jeweils dann für stahl noch mal eine schmiede und es wird recht viel ich denke der platz wird da nicht reichen das hier kommt weg wir könnten die ganzen schmelzanlage hier nach oben hochziehen weil der platz hier ist gerade verschwendet und das zeug hier ist eh bald alle da obwohl wir können die besseren holen mir stahl kleiner blauer mann der kleine blaue mann wird übrigens nicht mehr lange blau sein der ist bald gelblich und hat ein etwas massiveren anzug an also sie haben da müssen was geplant mit dem spieler modell und allgemein mit den modellen kommt noch gut was auf uns zu an content was ich super finde und stahl schon wieder alle ja muss einfach nur langsam können wir nicht ändern ich könnte auch ein zweit nicht hinbappen irgendwo aber oder fällt mir ein ich brauche das ding jetzt gar nicht mehr richtig also stört nicht wirklich aber ich brauche es nicht 445 chips also ich brauche es nicht weil ich ja schon hier die großen kisten habe und ich weiß nicht ob es später das kann ich mal gucken ob es später große ja es gibt große storage chest und große gibner kisten große pits schön kisten sehr schön dann kann ich die einfach ersetzen das geht ja super dann auf ok also ja das kann hier alles weg momentan verballer ich dadurch nur kupfer und eisen da kommt ein bisschen mehr eisen dahinten durch das ist schon mal gut alles ok alles ok genau euch wollte ich haben für die refineries ne ja fehlt wieder stahl chemical plants nee so wird das nichts ich brauche noch so einen schmelzofen und die schwere rüstung so und die da schmeiß ich ins meer weil wir ja anti-öko sind und so du kriegst ärmchen du kriegst noch ärmchen du kriegst kohle weil es schön stinkt und eine eisenkiste also und du kriegst noch eine da apropos da das sieht so grässlich aus ich habe jetzt hier ein paar von den dingern da auch wenn die stahl fressen wie sonst was wo fange ich damit am besten an ja hier unten die hier werde ich alle ersetzen durch die medium damit wir später die richtige schmelzanlage besser aufziehen können also du weg du hin ähm bist du ein original oder bist du ein ding das gesetzt wurde damit es besser läuft ich glaube du bist ein original ja bist du es ist so es ist überall Kabel du kannst weg du kannst weg du ich will jetzt keinen fehler machen sonst habe ich wieder in zehn folgen später einen anfall weil irgendwas nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte weil das muster kaputt ist du weg 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 so sehen die Kabel irgendwo komisch aus da noch ne ja du kannst weg äh nein wir wollen kein kupfer aufbauen dankeschön so 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 hier ist noch komisch du kannst weg du kannst weg ja viel besser sehr sehr schön okay äh au was das war die ganze zeit falsch sehr komisch aber gut wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen das musste doch auch schon den anderen Pfosten gestört haben hm und mit anderen Pfosten meine ich nicht den Georg in der Vergangenheit ähm du da da genau also hier kommen dann später überall also die Fließbänder hier werden wir einen nach da verlagern müssen weil die elektrischen Schmelzöfen ja mehr Platz brauchen und dann wird das ganze noch weiter nach oben ausgelagert dass die Kisten dann später kann ich ja schon mal bauen ne jetzt bauen wir zwei Kisten davon die Kisten stehen dann die Kisten stehen dann jux äh hier und hier glaube ich könnte hinhauen du geh mal weg da du geh auch mal weg da so dann wären die Fließbänder ich ja die Fließbänder müssen eigentlich immer oben über die Dinger rüber das hatte ich mir so angewöhnt bei den Komplexen auch was soll's so du darum ne nicht da weiter hinten auf der Höhe ich bau das jetzt nur schon mal vor dass es nachher alles reibungslos abläuft sobald die elektrischen Schmelzöfen da sind wobei wir dafür erstmal die roten Chips bräuchten und Plastik und Öl und ganz viel anderes Zeug auch so durch kann ich da schon mal da hinsetzen da wird ja eh nichts drauf haben soo Ärmchen bau halbe Ärmchen ah das ist eine doofe Position sehe ich gerade sehr doofe Position sogar nein alles anders alles kaputt alles weg ist jetzt hier an der anderen Ecke da und der kommt einfach da in die Ecke oder so das habe ich jetzt nicht absichtlich gemacht damit das Ding wieder doch oben über die Poles darüber geht so also ihr könnt arbeiten wie ihr wollt ist okay ich lab ein bisschen Kohle ab so ihr arbeitet nicht was sich das staut haben wir noch mehr davon zack soll sich wenigstens beidseitig stauen Strom Strom ist okay oder ja aber nicht so okay wie ich gedacht hätte wir sind schon wieder bei 40 50% Auslastung aber ja sogar die Backup Dinger arbeiten das sollen sie nicht das ist nicht gut ich bräuchte also MK2 Stromgeschichte mhm Herz schlaut sich okay Öl sammelt sich habe ich alle Pumpchecks gebaut nein habe ich nicht habe ich alle Refinery nein habe ich nicht ich habe zwei die habe ich auch gar nicht angeschlossen weil ich keine Rohre hatte so Pumpcheck hier hehe da Bomber Strom Strom so achso ich sollte hier auch immer mal wieder zwischendurch falls ich hier irgendwie schnell durch huschen muss das ist schon praktisch also im alltäglichen nicht aber wenn eine Horde Beißer auftaucht dann doch schon funktioniert alles funktioniert alles okay 2,2 2,9 2,7 das müsste ich richtig schön schnell füllen und die Rohre sind bei hey 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 30% Auslastung sehr schön die füllen sich auch langsam so Refinery so rum war das ne ja genau so war unser Muster 3 Stück oder 4 Stück ich glaube die alten waren auch nie ausgelastet ich glaube 3 reichen das heißt die bekommen jetzt ich verbinde die jetzt einfach alle so es kommt da raus die brauchen auch Wasser richtig Crude Oil also das erste Öl braucht nur Öl aber ich glaube das effektivere Öl braucht noch Wasser dazu müssen wir dann gucken das heißt du machst hier bitte unterirdisch von da nach da das ist die linke Seite von da nach da warum brennst du schon und du noch nicht achso deswegen burn burn und hier brauchen wir Platz und dann teilen wir das wieder auf also ich werde es wieder so machen dass das Leichtöl zu Brennstoffblöcken verarbeitet wird damit die Kohle für Plastik benutzt werden kann das Schweröl wird zu Lubrikant gemacht aber auch nur anteilig ich schätze mal die Hälfte von dem Schweröl wird zu Petroleum gemacht die Hälfte vom Leichtöl wird auch zu Petroleum gemacht und dann müsste sich das einigermaßen aufgehen wir bräuchten aber auch dafür wieder ganz viele Tanks das müssen wir dann gleich gucken wo kommt was hin ich hätte Petroleum glaube ich ganz gerne hier weiter links äh die brauchen wir aber auch für die blauen Chips die brauchen wir Schwefelsäure die brauchen wir auch für Batterien ja Schwefelsäure stellen wir her aus Schwefel Schwefel ist Petroleum Gas und Forschung kümmere ich mich gleich drum also Petroleum Gas ganz nach links damit wir Schwefelsäure herstellen können damit wir Batterien herstellen können und die blauen Batterien äh blauen Chips damit die blauen Chips und die Batterien möglichst nah dran sind an den ganzen Fabriken die sie auch gebrauchen können gut also Petroleum Gas ganz links Schweröl ist eigentlich vollkommen egal das brauchen wir nur für Lubrikant das brauchen wir nur für rote Engines also ähm ja Petroleum Gas nach ganz links und dann Leichtöl Schweröl dass es nach Komplexität geordnet ist ähm ja das heißt die Radaranlage da muss mal weg und kann da mit in der Pampa wieder aufgebaut werden so wir haben gar kein Licht hier unten eins zwei drei zip eins zwei drei da eins zwei drei da schon besser ist aber